Sie wollen wissen, gibt es Tipps und Tricks für Automatenspiele? Ja, die gibt es, aber Sie brauchen zum Gewinnen eine spezielle Software. Schauen Sie mal auf den Guthabenzähler unten. Das Guthaben steigt langsam, aber beständig immer weiter an. Über 30 Euro Gewinn in unter einer Minute. Auch Sie können mit Tricks bei Automatenspielen dauerhaft gewinnen. Wie das geht, mein Geheimnis lautet Software-Manipulation. Es folgt einem Beispiel einer gelungenen Casino-Manipulation im Online-Rollett. Jetzt ein Spiel mit manipulierter Casino-Software im Echtgeld-Modus mit einem Startguthaben von 8204 Euro. Sehen, das Guthaben steigt konstant. Spiel- oder Setzsysteme im Roulette funktionieren definitiv nicht. Da das Casino immer einen Hausvorteil hat. Sie gewinnen nur dann, wenn Sie wissen, wie Sie das Casino effektiv manipulieren. Der Trick ist es, den Hausvorteil des Casinos umzukehren, sodass Ihre Gewinne gezählt, Verluste aber zurückgenommen werden. Folglich spielen Sie mit einem positiven Erwartungswert. Spieler gewinnt Ihre Einsätze bitte. Und gewinnen so über mehrere Runden automatisch Geld. Es ist dann egal, ob Sie irgendwelche Setzsysteme benutzen. Die Manipulation der Casino-Software lässt Sie automatisch gewinnen. Schauen Sie auf den Zähler. Schon über 600 Euro Gewinn. Das Guthaben beträgt gerade 9.329 Euro und steigt immer noch. Der Gewinn beträgt 1.125 Euro in 3 Minuten. Kommt zum Endguthaben von 9.379 Euro. Dies entspricht einem Gewinn von 1.179 Euro. Sie sehen, dass ich Ihnen hier keinen Bären aufbinde, habe ich mich mal hier in meinen Casino-Bank-Account eingeloggt. Das heißt Web-Dollar für den Casino-Club. Sie sehen hier, dass ich innerhalb der letzten 360 Tage, also im Jahr 2012, folgende Beträge abgebucht habe. Das sind über das Jahr 2012 verteilt einmal 31.000 Euro, 49.000 Euro und 48.000 Euro. Wenn wir das mal zusammen addieren, kommen wir auf den Betrag von 130.000 Euro in etwa. Zuzüglich der Beträge von Januar 2013, kommen wir auf 155.000 Euro, die ich innerhalb von einem Jahr abgebucht habe auf meinen Bank-Account. Es sind keine Einzahlungen hier vorhanden. Es sind wirklich tatsächlich 155.000 Euro, die ich in einem Jahr gemacht habe. Wenn Sie auch einen solchen Betrag im Casino mit manipulierter Software gewinnen möchten, so klicken Sie jetzt bitte unter diesem Video auf den Link www.casinotrick.net. Klicken Sie auch nochmal auf den Link im Weiterleitungshinweis von YouTube. Füllen Sie auf der nächsten Seite einfach Ihren Vornamen und Ihre E-Mail-Adresse aus und klicken Sie auf jetzt kostenlos teilnehmen. Sie können dann sofort Ihre manipulierte Casino-Software herunterladen. Sie finden auf meiner Webseite www.casinotrick.net auch alle Informationen darüber, warum ich diesen Casino-Trick für Sie kostenlos zur Verfügung stelle und warum der Casino-Trick legal ist. Klicken Sie jetzt einfach unter diesem Video auf den Link www.casinotrick.net. Klicken Sie auf den Link www.casinotrick.net